So, wir fahren am Weg zu unserem nächsten Auftrag, die Linz. Willkommen auf der Janne. Was gibt es denn hier, nach Danzig, Kaunas, nach Warschau, nach Southam, war noch nie in Warschau, oder nehmen wir das? Was die denn heißt? Das war's. So, der Verladebereich ist schon einer da hinten. So, kurze Statistik, wir müssen zur GLS in Warschau. Bewährungsstall transportieren wir ca. 10 Stunden, d.h. einmal schlafen. Hier müssen wir jetzt eben 100 km. Jo, wird erledigt. Weiterens fort machen wir übrigens nicht. Habe ich mich nicht getraut, machen wir aber beim nächsten Mal probieren wir es. Weil, was kriegen wir? 18.000? Habe ich mich nicht getraut, weil er geschrieben hat, ich soll überprüfen, was man LKW ziehen kann. Und da war schwergut. Der Balkon ziemlich niedrig. Letztensicht heißt, ich kann es nicht ziehen, aber ich wollte da nicht riskieren 12.000 zu zahlen, dass ich es dann doch nicht kann. Habe ich mich jetzt nicht getraut, aber beim nächsten Mal... Alter! 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 5.000 von Lien? Wie bekommen wir jetzt in den Lien? Ja. 31.000 von Thomas. Oh. Hat jetzt so ein bisschen was geändert nämlich. Wenn ich jetzt so draufschauen. Ja. 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 Und dann geht es weiter. Gut, 800 Kilometer, 11 Stunden, können wir das mal schaffen. Wir fahren, jetzt raus auf Siedenbrünn, Ostrau, Katowice, Ur, Lodz vorbei und Warschau. Unsere Strecke mal. Ja, aber das mit den 31.000, ich bin wirklich stolz auf ihn. Aber ja, man sieht, das Fahrgeschäft läuft an. Mittlerweile haben wir sieben Fahrer, acht LKWs. Um, da geht's einmal, wow. Ja, ich bin wirklich stolz. 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 Ja, ich bin stolz. Ja, ich bin stolz. Ja, ich bin stolz. Und ja, ich bin stolz. Ja, ich bin stolz. Untertitelung des ZDF, 2020 Steppen wir uns aber nicht raus Lassen wir uns doch nicht ran Jetzt lassen wir uns ran Lassen wir uns doch ein bisschen später Oder fahr nochmal nach links von mir aus Wenn wir so fahren halt wieder ist Girls Musik 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 Alles zurück bis nach Wien, da noch auf Das ist ein bisschen dauernd Wir fahren doch viele Städte durch Musik Musik Wir waren jetzt schon öfters in Polen, seitdem wir die Dienzis gekauft haben Obwohl wir die schon hatten, aber da waren nicht die Aufträge so da Musik 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 Unkreuz und Steineißeln Musik 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 Das kann sich aber noch alles ändern. Das ist der Thomas. Session 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 Also wenn wir sagen, wir haben 500.000 zurückgezahlt, 200.000 kostet jetzt Garage und wir werden jetzt bessere LKWs kaufen. 600.000 werden uns die LKWs kosten. Jetzt einmal 3x 200.000 auf jeden Fall. 800.000 sind wir noch nie mit mir gekommen, was ist das neu? Oh nein, wir fahren das erst einmal so rein. Krass. Ich weiß sogar, wo wir fahren. Schwedenplatz vorbei. Schwedenplatz. Nicht schwedenplatz. Schön, dass ich an das Gebäude an die Urania gedacht habe. Hallo? Ja. Mein alter Arbeitsweg. Da bin ich jeden Tag gefahren. Taten in der Out, da vorbei, Schloss am Brunnen, aber nicht zu lange. Mich interessiert, was das ist. Schönen Brunnen. Ich hab mich gerade angucken, wenn ich da im Video anschaut. Ich hab mich gerade angucken, wenn ich da nichts nicht mehr. Ich kann euch gleich was sagen, dass da links, was ihr da gesehen habt, auf einem Video, wo er um die U-Bahn fährt, das ist so nicht, also die U-Bahn fährt da runter jetzt. Aber da ist ein Parkplatz ein riesiger, da kann man nicht runter schauen. Also ab da ist quasi alles verbaut. Die Brücke siehst du noch runter, die Tankstelle da drüben ist wirklich, da kannst du noch runter schauen und ab hier circa ist wirklich ein Parkplatz. Und du siehst nur ganz minimalen Spalter links, dieser Parkplatz ist viel riesiger. Rechts geht es rauf zum grünen Berg, da kommt man dann auch auf die Autobahn Richtung Verslau. Da rechts geht es nochmal auf der Berg auf. In meiner Stammdiskothek haben sie es nicht gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Allerdings sind normal jetzt Gebäude, die fangen da irgendwo an, also auch mal eine Stammdiskutik, aber jetzt hat sich die Straße gerade geändert und jetzt da links, wenn ich verschweben lasse, kommt eigentlich jetzt gerade den Ring runter. Wir werden das nochmal machen, wir werden hier rumfandern, irgendwann, wenn ich... Dann können wir uns das so ein bisschen anschauen und was erklären, zu reinen Sachen. Schon interessant. Man merkt gar nicht, dass ich mich im Medium, also man erkennt es. Wichtig. 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 Anlass. Wahnsinn, da steht genau die Polizei, aber ihr straft uns nicht. So, dann gehen wir auf die Seite. Oh. Jetzt nicht drüber. Untertitelung. BR 2018 So. 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 So.